Herzlich Willkommen zum Rhetorik- und Argumente-Podcast der OM-Akademie. Willst du auf hohem Niveau argumentieren? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Tobias Weiland und ich stelle dir in kurzen Podcast-Nuggets einzelne Argumenttypen vor, die du im Vertrieb und im Berufsalltag bei Meetings und beispielsweise bei Gehaltsverhandlungen verwenden kannst. Los geht's! Kommen wir zum induktiven Argument. Das klingt erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht. Und das induktive Argument ist ein echter Klassiker und ich wette, du verwendest solche Argumenttypen tagtäglich mehrfach. Ein induktives Argument besteht aus einem Schluss, der von einer endlichen Anzahl von Fällen ausgeht und diese Fälle so verallgemeinert, dass er für alle möglichen Fälle gilt. Man trifft also eine Aussage, die logisch für alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Fälle gelten soll. Wenn beispielsweise die Pizzeria um die Ecke stets deine Lieblingspizza auf der Speisekarte hat und das seit vielen, vielen Jahren, heißt das nicht, dass sie das auch für alle Zeit haben wird. So kann beispielsweise eine neue Soßenrezeptur die Pizza für dich ungenießbar machen. Es kann einen neuen Besitzer geben, der alles ganz anders machen will und seine erste Behandlung besteht darin, also ausgerechnet deine Lieblingspizza von der Karte zu nehmen. Viele Fälle können also eintreten, die dir ganz überraschend und unverhofft die Vorfreude verderben, wenn du eines schönen Tags in die Pizzeria einen Blick auf die Speisekarte wirfst und deine Lieblingspizza ist plötzlich verschwunden. Zahlreiche Fälle von induktiven Schlüssen finden wir in unserem Alltag und auch Büroalltag. Dies beginnt bei Verallgemeinerung und Übertreibung, wie beispielsweise die Aussage immer, wenn du im Haushalt helfen sollst, hast du Rückenschmerzen. Ständig sind sie krank oder, anderes Beispiel, dauernd baust du nur Mist. Der Verwendung des Wörtchens immer liegt ein induktiver Schluss zugrunde. Vielleicht sind vorgetäuschte Rückenschmerzen eine häufige Entschuldigung für die Unlust an der Haushaltspflege, aber bereits ein Fall reicht aus, bei dem nicht Rückenschmerzen den Reinigungsmitteln im Wege standen und dieser induktive Schluss ist widerlegt und damit eben auch das Wort immer. Sei also auf der Hut, wenn jemand seine Sätze mit immer, ständig und dauernd beginnt. Wenn du nur einen Fall nennen kannst, bei dem die Aussage nicht zutraf, hast du das induktive Argument schon widerlegt. Wenn du also zumindest einen Tag mal nicht krank warst, ist der Vorwurf, ständig bist du krank, schon entkräftet. Solche Beispiele sind natürlich banal. Wir kommen jetzt endlich mal zu einem Argument, das mir beispielsweise in meiner Online-Marketing-Tätigkeit oftmals begegnet. Ein absoluter Klassiker im Online-Marketing ist das Abweisen von Display-Kampagnen mit der Begründung, Display-Kampagnen bringen keine Conversions und kosten demzufolge nur Geld. Auch wenn hier das Wörtchen immer nicht genannt wird, handelt es sich dennoch um eine Allaussage. Die also auf alle möglichen Display-Kampagnen verweist. Ich gebe zu, der Einwand, Display-Kampagnen bringen keine Conversions, zumindest nicht direkt, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, beziehungsweise ist nicht ganz unberechtigt. In vielen Fällen generieren Display-Kampagnen keine Makro-Conversions, wie beispielsweise direkte Verkäufe. Das sollen sie aber in den meisten Fällen oder in vielen Fällen gar nicht, sondern sie sollen durch Branding-Effekte die Performance-Kampagnen wie Google Search und Shopping-Kampagnen überhaupt erst anstoßen, über die dann letztlich auch konvertiert wird. Um das Argument zu widerlegen, kannst du zum einen genau auf diese strategische Grundstruktur rekurrieren. Hier kannst du zum Beispiel auf die Customer Journey in Google Analytics verweisen und zeigen, wie viele Erstkontakte beispielsweise über Display-Werbung erreicht wurden und an welchen entscheidenden Punkten Display-Werbung überhaupt angeklickt wurde. Gerade anhand der Erstkontakte durch den Display-Kanal kannst du ihm zeigen, dass Conversions, die vielleicht drei, fünf oder zehn Kontaktpunkte später generiert wurden, wahrscheinlich nie zustande gekommen wären, hätte eine Display-Anzeige nicht genau diesen Weg des Kunden angestoßen. Um das Argument als induktives Argument tatsächlich zu widerlegen, musst du hingegen nur einen Fall anführen, wo eine Display-Kampagne tatsächlich direkt Umsatz generiert hat. Das kannst du ganz elegant machen, beispielsweise durch eine Case Study. Selbst wenn das vielleicht von einem anderen Kunden war, kannst du ja gerne sagen, übrigens bei einem Kunden haben wir das und das gemacht und das hat wunderbar funktioniert, da kam über eine Display-Kampagne tatsächlich Makro-Conversions, wir haben Bestellungen oder Verkäufer oder sonst irgendwas Conversion-artiges generiert. Und durch solche Beispiele kannst du Kunden von ihrem Einwand oftmals abbringen, denn du zeigst ihnen, wie und das Display-Werbung funktioniert. Übrigens, der Philosoph Karl-Reimund Popper war einer der Ersten, der das Problem von induktiven Schlüssen erkannte. Er kritisierte, dass wissenschaftliche Schlüsse zumeist auf Induktion beruhen würden, gerade wenn diese empirisch verfahren würden, wie die Physik oder die Chemie. Und in der Physik und in der Chemie werden eine endliche Anzahl von Experimenten durchgeführt, um eine allgemeingültige Aussage zu belegen. Es wird also eine Aussage so formuliert, als würde sie für alle bereits eingetretenen und alle zukünftig eintretenden Fälle wahr sein. Und wir haben ja gerade gesehen, dass genau das ein Irrtum sein kann, beziehungsweise ein solcher Schluss einfach zu widerlegen ist. So, das war's von mir. Wenn du einen Fall aus deinem Berufsalltag hast, dann schreibe den gern unten in die Kommentarzeile. Ich zeige dir dann gerne in einem der folgenden Videos, wie du diesen Einwand widerlegen kannst. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, gib dir gerne ein Like und bleib auf dem neuesten Stand mit einem Abo bei der OM Akademie. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.